Hallo, die Dame. Was möchten Sie denn einkaufen? Ein Erdbeer-Donut mit Sträuchel mit Pink. Ein Erdbeer-Donut mit Sträuchel und Pink. Und das da? Bitte? Bitte schön. Was darf es noch sein? Bitte, äh, bitte sowas. Ein Müsli? Ja. Und bitte Zwieback und bitte so Müsli. Also die Fruit Loops? Ja. Einmal Zwieback? Ja. Und einmal Müsli? Ja, weil mein Baby ist krank manchmal. Ah, okay. Braucht das Zwieback? Ja. Hat sie auch Tee? Warte, ich guck mal. Okay. So, darf es noch was sein? Einmal noch Chips. Chips. Kartoffel. Ja, das nehme ich. Und so Kartoffelgesichter. Ja. Einmal Knödel. Ja. Okay, die Knödel. Ja, die habe ich hier auch im Angebot. Können Sie gucken? Hallo hier? Ja. Ein Ei, okay. Dann noch ein Möhre. Ja. Kartoffel. Kartoffel. Eine Tomate. Eine Tomate, okay. Mais. Mais, okay. Kartoffel. Eine Kartoffel. Dann nehme ich noch eine Palette. Okay, dann würde ich sagen, lass ich das mal alles kurz wiegen. Bitteschön. 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 Danke. Für Sie und das Baby. So, wie möchten Sie denn bezahlen? Möchten Sie mit Karte zahlen oder in Bar? Mit Karte. Okay. Mit Karte. Ja. Die Karte, bitte. Der Pin eingeben, bitte. Und mit Grün bestätigen, bitte. Vielen Dank. Prima, hat funktioniert. Dankeschön. Ihr Kassenzettel. Vielen Dank für Ihr Einkauf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Gut. Tschüss. Got's. õi. Gut. Very well. ¿Dit? Das ist die L Fach Das?